Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo, ich habe es endlich mal richtig ausgesprochen, man kann es nicht glauben, aber ja, Raft heißt es. Und ja, wir möchten, ich möchte heute mal so ein Fangnetz bauen, das wurde mir auch schon in den vielen Kommentaren, die ihr geschrieben habt, es ja auch schon empfohlen. Vielen Dank auch dafür, ihr Lieben, dass ihr euch so freut, auch über die Spiele, die wir hier zocken und über die Parts immer und so liebe Kommentare, ich bin ganz verlegen und total happy, wenn ich eure Texte, eure Kommentare lesen darf, das ist so super, vielen Dank dafür. Ja, ich werde mich weiter in Mühe geben hier, da, dass wir gut vorankommen, ich sehe gerade, ich bin schon wieder am Verhungern und am Verdurschten, also alles beim Alten. Das heißt, jetzt muss ich wieder ins Spiel reinkommen, fällt mir gerade auf, haben wir jetzt mal, ja, eine gare Rübe, ist ja Wahnsinn, die futtern wir gleich. Okay, so, Mahlzeit, nom, 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 wo ist das Heferl? Da, einmal Süßwasser, Prost, und gleich Neues machen. So, Blanken, das so weit müsste passen, dann hier hauen wir uns ein an Erdtopfel rein, hier das Beet, haben wir gesagt, lassen wir da, weil, genau. Die Ananas ernten wir noch, da werden wir die Ananas pflanzen, das Wasser brauchen wir da noch. Ähm, jo, also wir brauchen, wir müssen, wir müssen, sagen wir so mal, das Floß entweder quadratischer zusammenbringen, damit wir da vorne dieses Netz anbringen, vielleicht. Ähm, das, was echt cool wäre, so. Oder, eine Blanke, kriege ich die noch? Ich, hab, hab ich sie? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Da ist noch eine. Blanken brauchen wir sowieso zum Saufuttern, sozusagen. Das kann jetzt aber nicht eierernst sein, schlechthalig, ihr Saufiecher da. Unglaublich. Ähm, ja, wie gesagt, wir brauchen Blanken ohne Ente. Ähm, was brauche ich denn jetzt zum, für dieses Fangnetz? So, mal erst Sammelnetz, hier. Blanken brauchen wir noch ein paar, okay. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon, bah, in Augenschein nehmen, aber das, ja. Das ist ja alles wieder mal super geglückt. Hi. Ja. So richtig zocky-like. Na, das war ein Fail. Also, richtig profi am Werk. Aber ich glaube, wenn wir da, wenn wir es noch ein bisschen in die Breite dann vor allem später bringen und dann da vorn, dieses Netz spannen ist, oder sollte man es besser hinten, ich hab keine Ahnung, wie es am besten ist, besser hinten anbringen oder vorn. Das steht jetzt vielleicht dabei. Sammelnetz. Fängt automatisch Objekte ab, die hineinschwimmen. Okay. Fällt das dann automatisch ins Inventar? Fragezeichen. Ich hoffe. Das wäre nämlich, das wäre nämlich mega praktisch. So. Platsch. Ja, das Fass haben wir bekommen. Sehr gut. Das waren sehr viele Planken. Da vorn kommt noch ein Fassl. Ich habe aber keine Geduld. Toll. Das habe ich echt fein gemacht. Das war wieder so richtig typisch. Aha, ich habe Hunger. Um Gottes Willen. Hunger ist gut gesagt, ja. Hunger und Durst. Uns fehlt es an allem. Hä? Was willst du denn? Geschleicht dich doch erst. Es ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Geht nichts. Blanke platzieren. Hallo. Jawohl. Mach die. Mach die. Okay. Dachte ich schon, hä? Die tut ich wenigstens mehr heute. So. Also wir sind am Verrecken. Wie immer. So. Und wir kochen uns auch gleich wieder was. Die nächste Kartoffel. Ähm. Dieses Viech, ne? Habe ich jetzt überhaupt schon wieder einen Speer? Geh weg. Kann ich mich so hauen? Na. Ich dachte mal. Vielleicht kann ich ihn so mit dem Plastikding drauf hauen. Nein. Das geht natürlich nicht. Okay. Ähm. Ich brauche einen Speer. Ich brauche alles. Ich brauche das Sammelnetz. Ich habe das jetzt mal hergestellt eines. Mal schauen, ob wie das funktioniert. Und ich brauche. Wo ist denn das? Den Holzspeer. Da fehlen natürlich wieder Blanken. Sehr logisch. Logisch. So. Ich würde sagen. Ich probiere es mal hier. Ha. Ah. So ist das. Aha. Und wenn ich da jetzt drüber gehe. Aha. Das geht auch. Man kann drüber gehen. Okay. Das heißt. Ich könnte mir da so einen kompletten Boden. Mit diesen Netzen machen. Ich habe das jetzt gar nicht verkehrt platziert. Ähm. Verstehe schon. Mhm. Okay. Ähm. Habe ich jetzt den Speer gebaut? Nein. Weil mir ja schon wieder was fehlt. Ha. Zum Platz sparen mache ich gleich noch ein paar Seile mehr. Was habe ich hier? Genau. Ich brauche dich mal kurz. Wie kriege ich den jetzt wieder weg? Ähm. Drehen. Entfernen. Genau. Mit X. Und jetzt müsste. Oh. Die ist komplett hin. Ups. Ich dachte die kann ich jetzt umstellen. Da habe ich jetzt. Hm. Ja. Das gehört sich so. Hm. Ja. Eine Vogelscheuche. Da fällt mir blank. Ja sehr blank. Ja sehr blank. Halt ein Fässchen. So. Eine Vogelscheuche bitte. Herrschaftszeiten noch einmal. So. Und die kommt jetzt hier hin. So. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist ja unglaublich. Die ist nur am Fressen. Na. So. Süßwasser. Trinken. Zack. Und zack. Und blanke. Und so weiter. Da drin ist wieder ein Fassl. Da drin ist glaube ich eine Insel. Oder? Schaut komisch aus. Könnte man versuchen. Einen Anker hätten wir eh. Könnte man versuchen. So. Das ging. So. So. Ich glaube da komme ich nicht mehr hin. So. Haben wir was gefangen. Yeah. Oh das fängt aber viel. Das ist super. Das werde ich nicht mehr erreichen glaube ich. Wenn ich Glück habe erwische ich die zwei noch. Aber ich glaube die sind auch schon zu weit weg. Weil ich mit dem Wasser. Also mit dem. Mit dem Segelboot darüber möchte. Ist das jetzt nur ein Felsen? Oder? Ist glaube ich nur ein Felsen. ne? Ich wollte einfach schauen was es da drüben gibt. So. Ähm. Blanke, blanke. Trinken, trinken. So. So. Auf jeden Fall schwimmt ein Haufen Müll rum. Wie ich da gerade sehe. mehr nicht. Ich hätte jetzt gehofft. Vielleicht ist es unter Wasser irgendwie so. Keine Ahnung. Da kommt das Essen rein. Da tun wir auch den Fisch mal rein. Derweil. Ich dachte mir, dass hier vielleicht irgendwas. Du. Irgendwas Besonderes ist. Aber. Naja. Vielleicht doch. Tun wir mal kurz. Hopp. So. Und gehen wir mal schwimmen. So. Bist du was Besonderes? Hier hätten wir. Na? Na nü? Ach so. Oh. Äh. Bin ich jetzt doof? Jetzt. Au. Komm. Nichts wird auf. Ich sehe nichts. Hey. Das ist gemein. Äh. 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 Gurgh. Ach. Das ist so kacke. Äh. Entfernen. Geh weg. Ich sag nichts mehr. Ohne meinen Anwalt. So. Mann ey. Was willst du denn? Geh scheißen. Du saufig. Ich muss nicht drauf. Geh weg. Au. Das war nicht schlau. Ich wollte ihn doch nur verjagen. Ach komm. Das ist echt scheiße. Äh. So. Was haben wir denn jetzt alles noch? Schrottenhaufen. Seilenhaufen. Kann ich gleich mal mitnehmen. Was haben wir hier noch drin? Essen. Essen wäre gut. Was haben wir hier noch drin? Blümchen. So. Also. Wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche das. Aber ich brauche auch vor allem Kunststoffenhaufen. Oh Gott. Einmal noch die Segel setzen. Machen. So. Das war wieder ein super Anfang. Dem ist ja nichts hinzuzufügen. Ach. Geh weg. Es ist einfach nur unfassbar. Habe ich was gefangen? Ja. So. Zack. Zack. Das ist scheiße. 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 Gelaufen. Tralala. Was kostet mich das jetzt? Vier. Was kostet mich jetzt der Dreck? Das geht schon mal. Super. Vom her, du Dreck. Die Planke. So. Das habe ich so super hinbekommen. Ich bin recht stolz auf mich. Wirklich. Wirklich. Unbeschreiblich. Mal schauen, ob ich die jetzt noch bekomme. Mal schauen, ob ich die jetzt noch bekomme. so. 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 Zack, zack. Zack, zack. Dü-lü-lü-lü-dü. Dü-lü-lü-lü-dü. Jawohl, das lief gut. So. Eppig Fein. Nein, das wollte ich nicht wegschmeißen. Eppig Fein. Behälter bringt mir jetzt nichts. Ich brauche meine Tasse. So. Die kommt wieder da runter. Es ist so traurig. Die Zocke kann nichts. Es ist so traurig. Die Zocke kann nichts. Lala. So. So. Also eins, zwei, drei. Eine Kartoffel. Zweimal Ananas. Ah ja, das geht ja nicht. So. Ein bisschen Wasser. Platsch. Alter, ich muss bauen, ey. Nein. So. Kann man auch Ananas braten? Nö. So. Ananas kann man nur so essen. Haben wir was gefunden? Nein. Hm, da kommen Fässer. Ich bin am überlegen, ob wir das Floß da hinten auch machen sollen. Zack. Jawohl. Das haben wir gut gefangen. Das haben wir auch gleich. Zack. Super. So. Was könnte man denn noch brauchen? Eine Axt wäre super. Bolzen würde ich brauchen. Den kann ich aber nicht herstellen. Einfacher Bogen. Aha. Ein Paddel. Eine Angel brauchen wir auf alle Fälle wieder. Hai Köder wäre super. Den Bauhammer brauchen wir. Den Holzsperr, der fehlt jetzt die Blanke. Wenn ich Glück habe. Oh Gott, das war denn das jetzt. Oh Gott. So. Zack. Ah, das wird nichts. Okay. So. Den einen kriegen wir jetzt aber auch nimmer, ne? Da hinten. Das war auch nicht schlau, aber naja. So. Ich muss jetzt mal was bauen anfangen. Sonst wird das alles ein sehr böses Ende nehmen. Wenn ich jetzt nicht bald dafür sorge, dass hier, dass unser Floß ein bisschen größer und sicherer wird fallen. So. Da, da. Das ist wie ein Koffer, der da anguckt, das rote Ding. Das ist aber sicher kein Koffer. Nein. Das hat jetzt komisch ausgeschaut. Ach, das war für nichts. So. Diese Fangnetze, von denen brauchen wir auf alle Fälle mehr. So. Wir müssen noch unsere Sachen gießen. Äh. So. Gut ja. So. So. Ähm. Noch einmal das Essen. Einmal das Essen. Einmal den Bauhammer. Wir brauchen auch Plastik an Haufen. Oh. Zufälliges hier schon was. Super. Ähm. So. Wäre mal gut. Ein schönes Stück Plastik. So. Sehr gut. Ach, das war für nichts. Ah. So. Hui. Zü. So. Dann bauen wir gleich hier noch einen dazu. In der Hoffnung, dass es ein bisschen geschützt ist vom Haifisch. So. Na, würdest du? Danke. Da ist noch nichts drinnen. Passt. Hui. So. Ähm. Wir müssen noch was gießen. So. Jetzt können wir wieder Wasser für uns hernehmen. So. Ei, ei, ei. So. Und einmal eine Rübe. Hoppala. Die wollte ich jetzt eigentlich braten. Naja. Ups. Und wir können jetzt vor allem wieder fischen. Die Axt braucht noch. Da brauchen wir noch Stein. Hopp. Ein Stück Plastik. Das ist super. Ah, da haben wir ein Fass. Das passt auch super. So. Zack. Jawohl. Da haben wir den Stein. Jetzt können wir die Axt bauen. Falls wir mal eine Insel oder so wieder erwischen. Was noch gut wäre, wäre hier dieser Holzspeer. Da brauche ich nur noch ein paar Planken. Blanken. Das wurde jetzt noch... Wie bin ich mit dem das jetzt wieder angegangen? Ah. Oh. Alter. So. Blanken. Und Blanken. Bleibst du da? Das ist schon genug? Nein. Da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir noch mehr, mehr, mehr. mehr, 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 mehr. Ja, das wächst und gedeiht. Ich weiß, ich sollte hier keine Planken reinlegen, aber ich muss fast. Ich muss ja noch was zu essen kochen da. Hä? Warum habe ich jetzt Wasser genommen? Aber trinken wir mal auf jeden Fall gut. So. So. Da haben wir wieder ein schönes Fässchen. Ich hoffe, ich erwische es noch. Vielleicht hat die Zeit vergeht heute schon oder so schnell. Nichts geschafft noch. Gar nichts. Nichts. Null. So. Blanke. Super. Kunststoff. Brauchen wir immer. So. Den Holzspeer. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt sind wir gleich wieder recht gut geschützt. Gegen den bösen Hai. So. Der Anker wäre noch schön. Da ist noch ein Fassel. Kunststoff. So. Passt. Eine rote Rübe war trennen. Das ist super. Ist da vorne eine Insel. Das da? Das da? Ich glaube, ja. Jetzt brauchen wir noch ganz fixen Anker. Ähm. Nein. Das ist falsch. Den da. Steine. Steine. Ah. Ich nix haben. Steine. Wo sind die Fässer, wenn man sie einmal braucht? Das wäre echt eine schöne Insel gewesen. Aber mir fehlt es natürlich an Stein. Aber, oder warte. Schrott. Na, warum Schrott und kein Stein? Da ist auch nichts Gescheites drin. Das war ein Schuss in den Ofen. Mal kurz husten. Ach, da brauche ich nichts ran. Zur Insel. Bringt sie nix. Gut. Hier können wir schon ernten. Gott sei Dank. Wir müssen nicht verhungern. So. So. Na, jetzt muss ich wieder Vollgas husten. Herrschaftszeiten. So. Haben wir noch Sämlinge? Nix mehr. Oh. Tja. Das ist dann wohl schlecht. Hm. Das ist dann wohl schlecht. So. Ähm. Okay. Wie schaut es mit dem Bauen aus? Ja. Geht schon wieder ein bisschen was. Jetzt fehlen wieder blanken. Ist eh logisch. Entweder fehlt das eine oder es fehlt das andere. So. Hier wäre auch gut so ein Sammelnetz schon mal hinzubauen. Aber generell wäre es gut eine ganze Reihe zu haben. ne? So. Da müssen wir was Sachen sammeln. Und zwar viel. Hm. Hm. Da. Das haben wir ja alles. Ähm. Ja. Na fein. Müssen wir halt wieder sammeln. Da 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 da. Da 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 da. Inzwischen können wir auch mal was fischen. Fällt mir gerade ein. Da 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 da. Da 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 da. So. So. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Alter. Wobei Haifisch wäre auch lecker. Na, ich komme da dran. Oh. Au. Mistviech. Jetzt hat es mir auch klar. Jetzt ist natürlich alles weg. Mhm. Es ist einfach nur schrecklich. Ähm. Gut. Schrecklich. Blanke. Bleibe hier. Bitte. Danke. So. Ich bin verzweifelt. Ich muss schauen, dass ich Sachen kriege. Äh. So. Ich brauche Müll. Sehr viel Müll. Gib her den Müll. Tralala. Müll über Müll. Tralala. Aber das Spiel ist eigentlich echt super. Vor allem für die Umwelt. So sauber. Wie wir das mehr machen. Ah, wie. Na, voll daneben. Ja, mit der Blanke. Oh. Ich muss was saufen. Ähm. Ja. Gott sei Dank. Hustet sie noch, bevor sie mich umkippt. So. Prost. So. Ach. Oh, da hinten ist ein Floß. Ähm. So, bitte in die Richtung ein bisschen. Das Floß mache ich jetzt unbedingt. Weil, wie gesagt, wir brauchen so viel Graffel. Platsch, platsch. Das Doof ist halt nur, dass ich, ähm, gut, dass ich halt jetzt keinen Anker habe, ne? So. Rezept Gemüsesuppen. Ja, geil. Kann man das schon. Aha. Und wie kriege ich da so einen Topf zusammen? Das ist ja auch eine Frage, ne? Wie kriege ich den Topf? Alter, das macht mir Angst, Alter. Ich denke mir, der Haifisch kommt schon wieder und macht mir was kaputt. Dieses Mistviech. Dieses Dreckerte. So. Tja. Jetzt schaut es schon besser aus. Jetzt ist halt auch die Frage, wenn es hier so eine Wand vielleicht gibt. Wo war denn das? Hm. Kleines Trophäenbrett. So was wäre cool. Kleines Trophäenbrett. Das ist cool. So. Ja, cool. Text ändern. Text eingeben. Warte mal. Kann man hier irgendwas eingeben? Hallöchen, ihr Lieben. So. Geht dein Herz auch? Na. Erledigt. Schau. Hallöchen, ihr Lieben. Yeah. Das ist euch gewidmet. So. Ich wollte eigentlich fischen, ne? Ich wollte viel. Zack. Sehr gut. Ja, mit dem Zeug. Und wir können schon wieder ernten. Erntschön. Tralala. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, da bin ich selber schuld. Weil ich keinen Platz frei hatte für die Seemlinge wahrscheinlich. So. Da haben wir wieder was gefischt. Super. Haufenweise Plank. Das, das löb ich mir. So. Da kommen gute Sachen. Halt. Und sogar mit Fassern. Was? Was habe ich schon mal gesagt? Dass der Haifisch nervt. Schau, mach dir mir das jetzt echt hin. Ha, aber ich habe es noch gefunden. Alter, das Saufich. Dieses Saufich. Wo ist das Fass? Da kommt es, glaube ich, jetzt. Da. Dieses Mistviech. Dieses ekelhafte Mistviech. Achso, das war mit dem Bauen. Genau, warte mal kurz. Im Baudingens. Da konnte ich jetzt... Warte mal. Wie ging das? Das war ein Dach. Das war das... Floß, eine Holzsäule, Wand. Das wollte ich haben. Genau. Holzdor. Blankenzaun. Ich will jetzt mal probieren, ob dieses Mistviech mir das auch kaputt hauen kann. Das da... Jetzt ist sie schon wieder am sterben. Ist ja schon gut. So, Prost. So. Du musst ja nicht immer sterben. Das geht auch ohne. Opa, da. Falsch. So. Die. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So, dann kriegst du noch eine Kartoffel hinterher. Nom, nom, nom. So. Geht's wieder. So, zack. Das war, glaube ich, zu kurz. Ja. Viel zu kurz. Schwupp. Ah, das war auch für die Fisch. Da vorne hätt' wir eins. So, das könnte ja eher was werden. Jawohl. Oh ja, das war nicht schlecht. Ist es weg? Ich glaube, ich habe es versäumt. Na, fein. Da hat er mir das schon hingemacht, ne? Dieses blöde, dreckige, miese, fiese Haifischviech. So. So, klar hier. Du scheiß Viecherl. Na. Boah, zwei Fass ins Wasser gefallen. Super. Na ja, wenigstens eins. Heih. Hm. Ja. Die Vogelscheuche kann ich jetzt schon wieder ähm... weg tun, eigentlich. So. Das ist echt gemein jetzt gewesen. Das hat mir das alles hingemacht. Mieser, fieser Haifisch. Na gut. Ähm, hier. Da kann man schon wieder was lernen. Eimer. Unkompliziert und nützlich. Großes Trophäenbrett. Mhm. Mitteles Trophäenbrett. Okay. Sonst geht, glaube ich, eh nix. Feder haben wir nicht, glaube ich. Ich glaube, das fehlt mir alles noch. Ja. Gut. Schön. Vielleicht soll ich mir echten Bogen zulegen, um die Möbel quasi umzuhauen. So. Und mit die Blümchen kann man da eigentlich auch nicht wirklich was machen, ne? Oh. Jetzt habe ich mich hingesetzt. Unabsichtlich. Ähm. Was eigentlich eh Wurst wäre. Ja. Einmal den Bauhammer, bitte. Ähm. Nicht jetzt entfernen, ist der wieder hin? Na. So, die stelle ich jetzt wieder hier hin. So. Passt perfekt. Äh. Wo ist er? Falsche Seite. Schlecht. Echt schlecht. Äh. So. Das hier. Geht eh noch nicht. Passt. Super. So. Das ist alles richtig kacke. Das ist noch milde ausgedrückt. So. Rohe Kartoffeln. Sehr gut. Kann ich mir einen Anker bauen? Ja. Dann versuchen wir nochmal unser Glück, ne? Na. So. Dann muss ich den jetzt bauen. Habe ich schon. Wo ist er denn? Da. Ähm. Die Alte macht mich krank. Echt. Echt. So. Also Möwe, das kann jetzt echt nett sein. Weck da. Und ein Anker. Lichten. So. Ah ja. Das stimmt ja. Ich habe... Hä? Hatte ich nicht schon mal eine Leiter? Hä? Echt jetzt? Hatte ich denn nicht schon mal... hier eine Leiter? Mhm. Da fehlen noch Planken. Gibt es hier zufällig noch zwei Planken? Ja. Zufällig gleich. Und zwar, wenn wir den da kaputt hauen. Haben wir jetzt da... Balmsamen habe ich jetzt auch keine mehr. Hm. Doch, warte. Hier drinnen waren, glaube ich, welche. Da haben wir welche. Super. Jetzt setzen wir gleich wieder an. So. Und gutes Wasser. Wo ist es denn? Hier. Und so. Passt schon. Und so. Und hier grillen wir uns gleich eine Kartoffel. So. Und jetzt bauen wir uns die Leiter. Ne? Äh. Äh. So. Passt. Ui. Geht ja. Pin Apple. Okay. Die hauen wir natürlich auch zusammen. Oh, warte mal. Das tun wir mal schön alles drin verstecken. So. Damit wir auch Platz haben. Okay. Da haben wir keine Sämlinge bekommen. Black Flower. Also schwarze Blume. Blaue Blume plus deren Sämlinge. Das tun wir auch mal so. Mango. Mango Sam. Eine Mango. Mango. Wie cool ist denn das? coole Schuhe. Da werden wir gleich schauen, dass wir ein bisschen mehr Manko kriegen. Super. Dann gehen wir mal kurz zum Schiff zurück. Ah, lehopp. Dann können wir gleich hier nochmal sowas aufbauen. Äh. Was? Ähm. Was? Ähm. Blume. Sämlinge. Ich muss mich jetzt beeilen. Jetzt ist mein Essen weg. Essen ist weg. Okay. Passt. Ähm. Boah. Mühselig. Die Sämlinge kommen auch weg. Ähm. Tatsächlich ergreift das trotzdem an. Mhm. Mistviech. Elendes. Wenigstens kann man noch Sachen reparieren. Das ist aber auch ganz wichtig. Muss ich mal durchgehen. Was? Das ist mal schauen. Ob da noch mehr kaputt gegangen ist. Nein. Schaut nicht aus. Ach. Gott sei Dank. Mhm. Das heißt, das kann halt immer passieren. Ähm. Wie es ausschaut. Dass wir Schaden haben am, durch ein Hai. Auch durch die Zäune. Das hilft da nichts. Ja. Muss man wissen. So. Gut. Dann werden wir hier gleich braten. Hier kommen die Lebensmittel rein. Ähm. Ähm. Die Mango. Ja. Dann brauche ich noch eigentlich eine, eine Kiste für den Rest. So. Das kommt mit rein. Eigentlich müsste ich das tauschen. So. Ähm. Ja. So und so. Das geht, glaube ich. So. Dann trinken wir noch einen Schluck. Und essen wir noch was schnell. Und dann schauen wir uns auf die Insel weiter um. Ja. Bist du jetzt bald mal fertig? Bin immer ein bisschen nervös, wenn es da so zschäpert, ne? Hä. Das Viech, ne? So. Floßbedingt können wir das schon wieder ein bisschen uns ausbauen. Äh. Achso. Da ist der Anker. Genau. So. Passt. Was willst denn du? Hm. Hm. Passt. Die Rübe können wir essen. Und die nächste hauen wir gleich auf den Grill. So. So. Ein Schluckerl Wasser noch. Und es kann noch mal rauf gehen. Poruk. So. Das war's? Mhm. Hm. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch rauf dürfen. Ob das überhaupt möglich ist. Boah. Schaut aber nicht so aus, hm? Ob es hier vielleicht später, ob es hier vielleicht später so Klettermöglichkeiten gibt. Weil da kommen wir so nicht drauf. Eigentlich. Hm. Was wir noch probieren könnten, wäre, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen an Metall kriegen. Ja, war klar. Ich muss rauf. So. So. War klar, dass mich der Haifisch erwischt. Mist, wie ich. Den Stein konnte ich jetzt nicht abbauen, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das Metall haben wir dafür, glaube ich, ne? Schrott, ja. Ja, gut. Mehr geht, glaube ich, auf diese Insel nicht. Ah, wir haben dafür Mango bekommen. Süß hier schon mal was. So. Dann fahren wir weiter. So. So. So, la, la. Vielleicht können wir schon mit, opa, la, mit dem Segel das Ganze so lenken, dass wir auch die drei Fässer da drüben kriegen. Oder zumindest ein paar davon. Oh, der Part ist viel zu lange. Entschuldigung. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Könnte sein, dass das ein Zweiteiler wird. Also dann, tschüssi.